Sind das jetzt gute oder schlechte Nachrichten gerade an der Börse? Der Markt bewegt sich, naja, irgendwie schon hoch, aber auf der anderen Seite, eigentlich sind wir in Abwärtsbewegung, oder? Zumindest mal, wenn man auf den Dow Jones guckt, dann hat man den Eindruck, dass das, was sich jetzt jüngst, also heute im Laufe des Tages in der Aufwärtsbewegung gezeigt hat, nicht das beste Beispiel einer bullischen Aufwärtsbewegung sind, denn das, was wir hier haben, sieht sehr korrektiv aus. Mal so ein schneller, nervöser Peak nach unten, so richtig doll ist das noch nicht. Ihr seht, recht starke Abwärtsbewegung, das ist hier eine sehr harmlose, bis jetzt zumindest mal, Aufwärtsbewegung und die Gefahr besteht, dass die ganze Stimmung kippt. Und dazu könnte beitragen, dass wir eins der letzten Tiefs hier nun langsam durchstoßen haben, nicht nur langsam, sondern tatsächlich durchstoßen haben, ihr seht das. Und das ist das Tief, was wir hier am 10. Februar hatten. Das muss jetzt nicht unbedingt gleich für Sodom und Gomorra sorgen, aber es ist ein Zeichen, dass zumindest mal alte Niveaus im Moment nicht so gut mehr halten. Bis jetzt war es nur ein vorsichtiges Antesten dieser Tiefmarke hier. Manch einer wird sagen, guck mal, da haben wir doch ganz viele Marken hier auf dem Level. Also so ungefähr das aktuelle Niveau scheint schon recht spannend zu sein. Deshalb ist es umso wichtiger zu gucken, was macht er denn da? Und das haben wir gerade uns angeguckt. Bis jetzt ist das noch nicht so richtig der Burner. Schick wäre es gewesen, wenn der Markt gesagt hätte, ha, Unterstützungsmarke, endlich eine wichtige erreicht. Und ich spule mal die Zeit zurück. Wir nutzen das und sind so unterwegs und wenn mal runter, dann höchstens mal Pause. Dann hätte ich gesagt, geile Voraussetzung für nochmal richtig nach oben. Aber genau das haben wir eben nicht bekommen. Wir sind relativ wackelig hoch und das zeigt, dass die Marktteilnehmer wahrscheinlich immer noch halbwegs erschrocken oder beleidigt sind aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage. Und da könnte der Filifed eine nicht unbedeutende Rolle spielen. Stichwort Filifed, ein Früh-Früh-Indikator sozusagen. Ich werde mit Dr. Jörg Rahn heute noch im Laufe des Tages ein Gespräch aufnehmen, wo ich mit ihm das mal ansprechen werde. Wie sieht denn die Lage aus, aus Sicht der großen, der richtig, der ganz großen Marktteilnehmer, wie Sie das sehen? Er ist selber zykliker, das heißt, er guckt sich die tatsächlichen Daten an, wie die Wirtschaft aussieht, ob das gut ist oder nicht. Also schaut euch das sehr, sehr gerne an. Ihr werdet den Link an verschiedenen Stellen von mir bekommen, unter anderem beim Finanzmarktwelt.de. Im Board for Trading kriegt ihr es sowieso ja immer zugeschickt und habt die Möglichkeit, das Ganze dann entsprechend mitzuverfolgen. Schaut euch das gerne an. Er ist ein Profi auf dem Gebiet im buchstäblichen Sinne. Und es ist spannend zu sehen, was die Chart-Technik sieht, was die fundamentalen Daten widerspiegeln sozusagen. Na gut, wir wollen es uns anhören. Bleiben wir aber jetzt erst mal am heutigen Nachmittag, also noch nicht so sehr die Vorausschau für die nächsten Wochen und Monate. Für den heutigen Nachmittag, muss ich sagen, gefällt mir die Aufwärtsrichtung noch nicht so richtig. Ich bin eher noch orientiert, wenn ich das hier sehe, für die Abwärtsseite. Wie sieht es denn aus beim S&P 500? Naja, so ähnlich. Dann seht ihr auch, das ist dreiwellig. Und hier auch große Teile der Bewegung mit vielen Kursüberschneidungen. Das ist nicht so richtig hübsch. Also für eine Haupttrendrichtung nicht optimal. Man hat den Eindruck, wir haben jetzt hier gerade dieses Tief hier schon durchstoßen, dass die Marktteilnehmer so richtig Bock auf Kaufen, also für steigende Kurse, noch nicht haben. Vorsichtig, ist das jetzt ein Short-Signal? Naja, theoretisch ist es schon, aber da das ja nicht die erste Korrektur ist, wir haben ja schon häufiger mal vorher eine Gegenbewegung gehabt, müssten wir jetzt gucken, wie weit die Ziele sind. Und wir wissen, dass wir die nächste Unterstützungsmarke, die nächste Chance zumindest mal auf den Dreh, ja nicht so arg weit haben. 10. Februar, da hatten wir eine, ich gucke mal, das Tief war alles hier auf dem Future gemessen, S&P, der Mini-S&P Future, das Tief war bei 4.060 in etwa. Also wenn er da durchgeht, was ich nicht ganz abwegig fände, dann sieht es natürlich schon nicht mehr ganz so doll aus, auch für die letzten Stunden der Woche. Das wird nochmal spannend werden, denn wir haben heute Freitag, wir haben sogar den kleinen Verfallstag, aber wir haben Freitag, das heißt jetzt ist es ziemlich entscheidend, ob die Marktteilnehmer über das Wochenende das Risiko halten wollen für ihre Long-Position oder ob sie sagen, ich gebe alles auf, was ich habe. Oder umgekehrt, die, die jetzt über das Wochenende, nee, über die Woche Short gegangen waren aufgrund der Bewegung, schließen sie ihre Position, das würde den Markt eventuell nochmal nach oben bringen. Also in den nächsten Stunden können wir vielleicht eine ganze Menge daraus ableiten, wie mutig die Marktteilnehmer mit einer Wochenendsituation umgehen und entsprechend dann für die nächste Woche vielleicht eine Einschätzung finden. Wir hier im Index-Update am Nachmittag wollen allerdings den Fokus auf das kleine Bild, das ist eine scharfe Bewegung, wackelig hoch, wäre das gleiche in noch eine Nummer kleiner, was wir hier haben. Also ihr seht, die Argumentation finde ich für die Short-Seite jetzt besser. Wie müsste es sein, damit ich mich umdrehe und für die Long-Seite spreche? Relativ einfach, stark hoch, korrektiv, das heißt dreiwellig oder mit Kursüberschneidung in den mittleren Bereich, vereinfacht, nehmt ihr die Mitte des Anstiegs, ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, sehr vereinfacht, aber für die schnelle Nummer zwischendurch vielleicht nicht ganz schwierig, das nachzuvollziehen. Wenn er das gemacht hat, dann wäre der Bruch des Zwischenhochs hier ein Trigger. Und wenn ihr sagt, das erkenne ich häufig nicht, das geht mir manchmal auch so, wenn ich es nicht erkenne, lasse ich es lieber weg. Wenn ich sehe A, B, C, also A, B, C und ich kann das gut unterscheiden, dann weiß ich, dass das ein sinnvolles Zwischenhoch ist. Also vorher eine starke Aufwärtsbewegung, so seht ihr es mal, in Schwarz auf Weiß und nicht mit Blau. Also insofern ganz interessante Situation, allerdings im Moment eher auf der Abwärtsseite, da erzähle ich euch nichts Neues hier beim Nasdaq, aber ich habe es euch mehrmals erzählt, wie ihr unterscheiden könnt, was die starke Richtung ist. Und wenn ihr so eine Bewegung seht mit Gegenbewegung, 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 hier nochmal Gegenbewegung, das ist ganz klar nicht die Haupttrendrichtung, dann muss man nicht zwingend auf der Long-Seite massiv mit dabei sein und denken, das geht ewig so weiter. Scharfe Richtung nach unten, wer schon dabei ist, super, wer noch nicht mit dabei ist, wartet auf die Gegenbewegung, die wackelige, dann könnt ihr dann auf der Short-Seite euch wieder entsprechend reinholen und dann das nächste Teilstück eben mitnehmen. So, wie sieht es beim DAX aus? Gar nicht so schlecht beim Index hier sehen wir, dass wir zumindest mal jetzt heute, nachdem wir eine Schlappe hatten, also das ist natürlich erstmal doof hier, wir haben diesen Kurssprung gehabt über Nacht, ein Gap nach unten, ging es nochmal runter, jetzt geht es zumindest mal nach oben, also anders als die Amerikaner, haben wir hier zumindest mal so halbwegs die Aufwärtsrichtung im Moment im Blick. Das lässt ja ein wenig hoffen, ein möglicher Trigger für die Abwärtsseite wäre erst wieder hier, das ist das Tief von 12,15 bei ungefähr 15.353 in etwa oder ihr geht natürlich auf kleinere Zeitebenen. Ich würde euch um diese Uhrzeit nicht mehr empfehlen, groß noch auf den DAX aufzuspringen. Wer schon was hat, long ist, Position weiter halten, ob übers Wochenende, ich würde es nicht unbedingt machen, im kurzfristigen Chart. Im langfristigen gelten natürlich weiterhin unsere Ideen, die wir hier schon ein paar Mal angesprochen haben, da hat sich ja nichts daran verändert, er eiert halt rum, das ist für die langfristigen Trades in Ordnung. Kurzfristig habe ich die Sorge, dass das, was Amerika im Moment jetzt bietet, uns nicht so richtig in die richtige Richtung treibt. Na gut, was weiß ich schon, konkreten Trade lässt sich daraus aus meiner Sicht nicht so schön ableiten aktuell. Ich bin auf der Suche nach Shorts nochmal für den Nachmittag, es sei denn, wir kriegen nochmal eine scharfe Aufwärtsbewegung mit einer Korrektur runter, aber die ist genauso, nur spiegelbildlich dann eben zu handeln, dann allerdings in Richtung nach oben. So, in diesem Sinne bin ich mal gespannt, was wir von Jörg nachher noch zu erfahren haben. Ich werde es euch so schnell es geht bereitstellen, euch erstmal alles Gute, ein wunderschönes Wochenende, falls wir uns vorher nicht mehr sehen und dann nächste Woche spätestens geht es weiter. Bis dahin macht's gut.